Servus liebe Freunde, Servus lieber Chris Hi Hi Und willkommen zum zweiten Part der zweiten Season von Trials Evolution Gold Edition Starten wir das Rennen und er hat Durst, ich auch So mittel, aber ich nehme jetzt wie Chris gesagt hat immer die Stärkste Also beziehungsweise immer die Phoenix nehmen Nehm ich die auch dann mal immer Du hast die damals nicht genommen, weil du dann Probleme bekommen hast Ja, keine Ahnung Ich hab die ja eigentlich nie genommen auch Mal wir wissen natürlich wieder nicht was für Maps, also wie Black Nö Scheiße Wir wissen natürlich nicht Was für Maps wir hier haben Ich hab die einfach eben mal wieder runtergeladen Wie Emmer Wie Evergreen Haha Achso Scheiße ich Idiot Oh ja, me too Ne Nein, aber egal Checkpoint Mann Ja, also, oh, da hätte ich einfach weiter machen müssen Nein, Mann Me too Me too Idiot sagst du Heheh Also eben Vagy normal so, am I am Alter Ja Ja Ich 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 Scheiße Fuck Oh mein Gott Wo bist du? Am Anfang Na warum? Also bei welchem? Oh mein Gott Wo ist der Fuck? Oh mein Gott Wo bist du? Am Anfang Oh mein Gott, ich stelle mich hier auch gerade richtig idiotisch mal wieder an. So einfach geht's doch. Oh mein Gott. Alter Schwedemann. Wieso bin ich denn so dumm? Ja, Dankeschön, endlich. Oh, ich auch endlich. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Ach, da war der. Oh, was? Naja, aber so mittel ist die gar nicht. Der wird noch ein bisschen... Very Irrigal. Oh mein Gott, ich Idiot. Oh mein Gott, ich doppelte Idiot. Man darf ja gar nicht so mit Schmackes durch, ey. Liebe Freunde. Er ist lagged, Alter. Echt? I don't understand it, by me or not. Wow, ey, du bist echt ein Assenengel. Einfach Krönung von der Kaffee-Firma. Lege mal schleiferscht eigentlich. Ja, sie. Jakobskrönung. Deinmeier... Deinmeier... Deinmeier Prodomo. Nein. Deinmeier Prodomo oder was du meinst, Jakobskrönung. Oh stimmt. Ja, da kann sich halt immer aus mit Kaffee. Ja. Und du? Ö. Bin ich eigentlich dumm? in kohle ja jord meint ist es die schokie das war die remix hei und hab ich gern zu ende gespielt ja hätt's mir sagen können kannst du trainieren sowas ja da bin ich auch immer dumm vorzweifelt ja das ist richtig ja nö ich mach jetzt noch nicht eins bereist dich Mazzama du Zeko hat dir jetzt Kales gesagt oh wie pein und ihr wisst es es sind wichtige Punkte für mich ist ja so nochmal die Phoenix natürlich hätte ich das nicht sagen dürfen ja unfair oh ne wir müssen ja noch die gleichen vor so wie in unserem Kanal was ist das denn wir sind bunt irgendwo kommt da Luft her warte mal das ist aber nur ein Mittel ja und jetzt ich wollte nur nur einfach zum Verständnis gut danke ne ich wollte für mich das auch wissen nicht für dich die ist gar nicht so ich glaub dass du für mich nichts machst oh mein Gott ist das den Ernst jetzt ey das kann ja wohl nicht wahr ja mein Gott warum warum bekomm ich das denn nicht so einfach hin wie dumm ist das denn geht doch oh komm mal hin ey oh oh was ich find das gar nicht so einfach wie das ganze System hier oh mein Gott guck mal das schaffst du auf einmal wieder so locker weißt du so ne da war harte Arbeit ja so ey meine Fresse man deine boah nein 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 da hab ich mich nochmal gestellt ey das nur nach vorne hier oben drei oh nein das ist verdammt oben drei ja oh nein das ist dumm für mich stimmt der nicht mit mir dass ich sowas nein kurz beim Checkpoint guck mal jetzt nicht schlimm oh mein Gott das ist nichts mit nicht schlimm das hab ich ja zu entscheiden aber jetzt schaff ich das natürlich und das Ding ist jetzt hab ich keine Zeit mehr guck wie einfach das ist das trägt mich drauf wenn das sowas dann auf einmal so mega einfach ist ich hab richtig schwer was ist das denn mit der Fallen bin richtig schwer jetzt locker die sind noch geschafft weil ich da nicht so dumm verzweifelt wieder mal egal lieber Freunde heischt dann wieder oh no das war schwieriger als die so ja was kann ich dafür wenn ich an diesem scheiß stein kleben bleibe ja eben und was kann oh die oh Gott oh nein das ist ne Mittelmerk noch ne direkt wieder Vollgas einfach ja ein Logo oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott was hehehe nein oh mein Gott 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 ich kreisch jetzt mal rüber oh was alter oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich glaube ich weiß nicht ob ich ich fahr dich doch jetzt nicht einzeln hier runter Das geht gar nicht. Du kannst dich gar nicht so einfach einzeln darunter plumpsen lassen, weil du kommst immer irgendwie an eine Kante. Ey, das ist so ein scheiß Glücksmap. Welcher Spaß macht denn sowas, ey? Das sind so kleine, weißt du, so die auch kleine Hundebabys, weißt du? Das sind dreckige Hurensöhne. Oh, was? Du bist ja sauerbar jetzt schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich nicht einfach rückwärts oben runter fahren? Oh mein Gott. Ich komm komm. Hä, wie kann das denn bitte eine Mittelmap sein? Jetzt mal ohne Witz. Oh mein Gott. Die Map ist schon geil, aber nicht so easy wie peasy. Okay, das war dumm, aber Glück gehabt. Aber das wird um. Ich dachte, du hast bis auf einmal ein Ziel, Alter. Und sagst einfach so nix. Was? Das war kein Crash. Hä, wie hast du das geschafft, da anzuhalten? Stell dir vor, mein Echt, Alter. Stell dir vor, du bist einfach, du fährst jeder Einzelne und dann bist du an der Letzten und die verkackst du. Ja, nach hundert Minuten. Hundert Stunden. Oh man. Als ob das ne Mittelmap ist, man. Ohne Faxen. Es ist ja nicht, also es ist ja nicht kompliziert gebaut, oder? Nee, aber trotzdem. Es geht ja darum, wie einfach man das schafft. Normalerweise. Ja, und hier ist es halt so einfach, dass man es gar nicht schafft. Hä? Null Sinn. Maga, willst du jetzt das, was ich sage, den Sinn dessen in Frage stellen? Nee, ich will den komplett dementieren, beziehungsweise komplett für Schwachsinn erklären. Nicht nur... Ach, Sinn, ich mein zu wollen. Nö. Du kannst auch fermentieren, wenn du magst. Nee, du? Ey, meine Fresse! Hä? Was dachtest du denn, ey? Oh mein Gott, Alter. Nein. Nein! Oh nein! Oh mein Gott! Und ich war nicht mal bei der Hälfte. Ich hab kein Wissen mehr. Warum ist denn so ne Scheiße so... Weißt du, verstehst du so? Was ich mein? Ja, warum du so ne Scheiße auswählen musst, meinst du? Ja, ich wusste ja nicht, dass es so scheiße ist. Oh, komm. Ich bin nicht mein Checkpoint oder so, oder? Ja, ey, ohne Witz. Das hab ich mir aber schon gedacht, wo ich die gar nicht... Guck ich so irgendwo auf den Vorschlag, mit irgendein Checkpoints, und ich seh schon so... Hab ich mir schon gedacht. Aber mit ner vernünftigen Taktik kann man das gar nicht schaffen. Nein, da geht nur ein... Alles von nix für Akkarts. Ja, oder? Oh mein Gott. Das Ding ist ja auch, weißt du, du landest ganz sanft mit dem Rücken so, weißt du? Also wirklich so. Oder, nein, pass auf, du drehst dich so einfach. Ja, ich seh's grad, du, je lang du platt hast. Oh mein Gott. Weißt du, und dann... Will der dir sagen... Dass du dann, wenn du dann auf einmal auf den Rücken kommst... Aua, ich hab meinen Rücken gebrochen. Nein. Oh mein Gott. Oh Mann, weißt du, du denkst immer, okay, jetzt hast du so ein bisschen im Flow. Jetzt weißt du so ungefähr, wo der Hase kackt. Wo der Hase schischt. Ja, normal, wo der schischt. Und dann... Und manchmal... Ich erkenne gar nicht mehr, ob das Stufen sind. Ich denk so manchmal, das ist eine Fläche. Das ist halt ein Kreis, ja. Nein! Ich war immer noch nicht bei ganz vor der Hälfte. Oh mein Gott, ey. Als ob, und dann knallst du doch hin. Ich glaub, du musst es so hinkriegen, dass du am besten nicht so runterdrehst. Sondern immer so ein bisschen Gas noch gibst, um so ein... Quasi so ein Bunnyhop noch hinzubekommen. Ich bin auf den Kopf gelandet, das tat kurz weh. Und, hast du es geschafft? Ja, ich bin gleich da. Ist hinter mir auf einmal das Hallo. Och, Mann. Oh, ey. Ich weiß, wie man das hätte schaffen können. Rapiert es? Der Donkey vielleicht. Stimmt, jetzt wo du es sagst, Vidiot. Wollen wir einen Cutten und einen Donkey nochmal das reintweilen? Probier nicht, nö. Doch. Ich beende dann das. Tschüss. So, liebe Freunde. Und damit willkommen zurück. Hier gab es jetzt mal einen kleinen Cut, weil wir es nochmal mit den Donkeys probieren wollen. Und er macht die Heizung aus. Also, wie gesagt, es gab einen kleinen Cut, weil die Map irgendwie nicht so cool war. Und man vielleicht... Ja, genau, stimmt. Schnell, beeil dich! Nimm die Donkey! Junge? 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 Nicht dein Ernst, ne? Hallo? Du bist so ein Idiot, Alter. Kannst schon starten. Richtig, Chris. Chris? Was war das denn? Kannst schon starten. Oh, genau. Ich quäle die Donkey aus übermorgen. Idiot. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. So, jetzt. So, macht nix, liebe Freunde. Das lass ich drin. Da brauch ich nicht cutten. Und jetzt sind wir die Donkey mal. Schauen, wie das jetzt abgeht. Bin gespannt, Dudu. Da hab ich gar nicht schon gedacht. Ja. Ich bin gespannt, Dudu. Nicht. Cool. So oder so nicht. Da war lustiger, was. Hä? Digga, was? Digga, was? Da hab ich ja fast die erste geschafft. Fahr dir jetzt einzeln. Geht nicht. Obwohl du kannst immer so zwei, kannst du immer runter plumpsen. Okay, doch nicht. Dann muss man es immer gleich machen. Nein. Wenn du ins Strudeln kommt, ist schon eh vorbei, Alter. Also wenn du zu sehr ins Strudeln kommt. Ich hab ehrlich Gefühl, es ist tatsächlich um einiges besser damit. Obwohl... Trotz der Scheiß. Naja, ich bin zwar nicht weitergekommen... Jo, mein Donkey ist in den Luft gehören. Er liegt auf dem Boden, Alter. Ich bin zwar noch nicht so weit gekommen, wie ich eben gekommen bin. Aber... Ich bin schon weitergekommen. Ja, erstens. Und zwar, ich hab das Gefühl, die schleudert nicht unbedingt immer so viel. Man kann da so öfter bunnen und ein bisschen gesprüngen. Aber die hält auch nicht so viel aus. Servus, Leute. Hier gab es nochmal an dieser Stelle einen kleinen Schnitt. Denn... Wir haben es ja, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, einfach nicht geschafft. Und das ging immer so weiter und so fort und so fort. Und deswegen machen wir jetzt hier nochmal die schweren Maps. Und verkacken erst recht. Aber nicht mit der Donkey, sondern mit der Phoenix, bitte, ne? Oha! Extreme Cars. Bin gespannt. Oh mein Gott. Warten auf Spieler. Achso. Ich sehe nichts. Oh nein. Alter. Ist das extreme? Nein. Ist schwer. Komm schon. Wo ist der Chess? Ah, ich hab den ersten Checkpoint. Irgendwie ist das für das Bild. Brenne. Jawohl. Nächster Checkpoint. Du bist da oben? Was ist da oben? Was ist da oben? Also ich bin schon drüber, ja? Oha, was? Achso, man muss einen Laternen am stoßen, ey. Ey, der macht das einfach nicht. Hast du gemacht den Film, oder? Ich hab den Bock zu verlieren, Mann. Oh mein Gott. Man lag das bei dir gar nicht. Null. Aber wirklich null. Dann muss ich, dann liegt das am Spiel. Ich weiß es nicht, anscheinend. Kann man. Nein! Ich bin so dumm. 君. Ja, genau. Junge. Ach, ist doch nicht seines Ernst. Ist doch nicht seines Ernst, Freunde. Das häng ich aber auch gerade. und so jetzt auf einmal schauen wir uns schon tschüss mein gebot von controller ab wie du ja mal kommt erst kann ja wohl nicht wahr sein nein ich muss es schaffen bevor die wieder hast du eh nicht hin was ein checkpoint komm schon jawohl geht doch dynamisch boom unser bester freund ist dynamite sprichstoff boots man nicht so was wieder oder war der arsch ist naja das ist auf jeden fall nicht so schwer wie ich gerade dachte behindert ich will hier rüber ja komm komm nein fuck aber das ist mal so eine herausfordernde wo ich stand jetzt zumindest denke ich will es doch einmal nur schaffen dieses scheiß du bist so lächerlich vor allem also schaffst du es so ganz als wenn es nix wäre so ich bleibe der hunde einmal hängen er macht das auf einmal locker easy und sagt nicht mal was dir was da der abgesprungen dann da reingeflogen nein stock ja keine ahnung doch mach mal weil dann kommst du eh nicht mehr weiter alles klar dann kann ich könnte ich mir jetzt aber ja noch angucken wenn ich überhaupt da hinkommen jetzt habe ich wieder mal den ersten sprung nicht mehr schaffst ich würde es glaube ich nicht in diesem winkel ist man nicht so schnell schaffst du dich verpackt er ich habe können wir abbrechen jedoch nicht es geht ja echt er kommt beim ersten mal direkt schnallt er wie es läuft das war nur glück schnallts nämlich nicht ich krieg es doch nicht hin wie du siehst ach du scheiße das ist ehrlich nicht so schwer mein lieblings spruch kennst du doch ja wir finden zu den behindert mal gar behindert locker easy habe ich doch gesagt das ist nicht so ein spiel was das für ein scheiß klavier flügelding oh mein gott was an sich lustig gemacht cool ja aber schon scheiße nein ach komm das ist nicht so schön fack meine nase juckt ich kann ach doch ich muss leute wir schaffen das jawohl jawohl ja und kein checkpoint ist das behindert was soll man das denn schaffen mann wie geht das denn hier alter ey oh ok das ist doch nicht so schwer aber ohne checkpointen ich hab da einfach bisschen so wo ich rüber war also hier da wo du jetzt so wenn du da rüber hoppst so genau weiter fährst hab ich bisschen gas gegeben und dann so ein bunny hopp der hat einfach gut gepasst irgendwie und dann ging es schon alter das ende das war geil noch nicer scheiß ich musste ihn noch langsam fahren und piech du musst nur ungefähr eine halbe stunde ach du kannst das ganze Ding ja wie sieht man ja denn was ich daraus geschnetzelt hab so noch eine ne also diesen makro blablabla auch schwer mit phoenix alles klar ähm ok mal gucken letzte map oh mein gott das war die alles oder nix ja mir egal du hast ja eh wir gucken wir können ja auch sonst zählen oder blablabla ne wir haben ja nicht mehr Dings Map hier haben wir ja eigentlich auch nicht gemacht steh mal vor die hier wär auch Dings was was heißt das ähm die wär so ohne checkpoints auch so ganz ohne checkpoints ja ja super guck mal wie dumm ich mich anstehe ich komm hier bei diesen am schon nicht rüber gerade oha wie weit muss man denn hier fahren nein 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 komm ich krieg's hier nicht hin oh meine Fress ich bin voll weit hinten ok ok gar nicht mehr so es geht nicht viel weiter ah geht doch da mal dann ja dann nur und hier ich Ey, das... Ich war eigentlich im Ziel schon. Mit deinem Checkpoint. Ja, na klar. Ja, ich bin halt runter. Ja, ich weiß auch, wie das geht, aber... Oh. Okay, ich seh' ich kocke in die. Tempo nicht mehr hin. Vor allem, wie lang ist diese Strecke, bitte? Weiß ich auch nicht genau. Bitte, danke. Fuck. Nein. Et doch. Nein. Geht doch. Ich wollte mich doch verarschen. Nee, du? Willst du dich verarschen? Mann! Alter, Sp... Das kann ich dir... Das ist so... Oh, ist das... Was? Das ist ja noch relativ... Ja, geht. Welcher Ruh an so Schreibmittel ist. Ich vergewaltige seine Mutter, Mann. Rape Mode, Alter. Rape Mode. Das ist schon nicht mehr Rage. Ja, Rape Mode. Guck mal, ich bin hinter dir. Ach. Also neben dir in. Danach ist es eigentlich locker easy, die Dinger, die danach kommen. Boah, ey. Ja. Meine Fresse, ey. Nervig, Alter. Irgendwie fand ich diese Maps einfach mal geil. Ja, Alter. Diese Maps, nein. Nein, aber die... Ich hab's mir ja nichts geschafft, weißt du? Das ist das Ding. Nee, nur die hier. Nee, die davor auch. Nein. Doch. Nein. Äh, die eben gerade mit dem Flügel? Doch. Mit dem was? Okay, der war's ja noch gar nicht. Mann, da, wo du in diesem Rohr nicht hochgekommen bist, die hab ich doch gerade auch geschafft. Die haben wir nicht abgebrochen. Liebe Freunde... Wir haben die nicht abgebrochen, aber wir haben die mit dem Abspringen auch nicht richtig gemacht. Ach so, ja gut. Sehr schön, Jan. Ja, geht ja. Ich weiß ja nicht, liebe Freunde, wie lang jetzt der Part ist. Die Aufnahme ist jetzt 50 Minuten, aber wir werden halt ein paar beschnitten haben. Also ich schätze, dass es so... Keine Ahnung. So circa eine halbe Stunde war ich? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber, liebe Freunde, ähm... Was ein Part. Huh. Und, äh, ich sag mal so, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wieder. War heute ein bisschen abfuckt mal wieder, aber das ist Trials. Also haut da rein, Chris. Tschüss. Also, er ist abgefuckt, kann ich verstehen. Richtig. Die Maps waren noch ein bisschen shish. Ja, die waren auch halt shish. Und haut rein. Pisst euch jetzt. So, sollen wir nicht so frech. Mann, was macht Uplay immer? Alles Gapeslein. Ciao. Tö. Tschüss. Tschüss.